Energie, bewusst, leben, ist der beherzte Slogan der E5-Gemeinde Langenegg. Seit Anbeginn der E5-Tätigkeit steht Langenegg dafür, neue Wege auszuprobieren. Zusammen mit den Nachbargemeinden setzt Langenegg in der Energieregion seit 2010 jährlich mehrere Aktionen um. Das Team kann auf alle möglichen Details zurückgreifen. Dazu gehören Potenzialanalysen zur Biomasseversorgung oder Untersuchungen zur Verkehrsberuhigung. Der gesamte Ortskern schmückt sich mit Passivhäusern. Vom Gemeindeamt über den Dorfladen bis hin zum Café Stopp und zur Volksschule entsprechen alle Gebäude den höchsten ökologischen Ansprüchen. Energieeffizienz ist aber nicht nur Sache der Gemeindegebäude. Von vier Passivhaus-Plus-Wohngebäuden in Gesamtösterreich stehen ganze zwei in Langenegg. Die mehrfach ausgezeichnete Wohnanlage in Unterstein zeigt die Bestrebungen der Gemeinde in Sachen Energieeffizienz und Klimaschutz. Für die Bebauung der Parzelle Leiten wirkt die Gemeinde mit dem Energieinstitut Vorarlberg an der Entwicklung Energieautonomie konformer Standards mit. Energie bewusst leben in Langenegg.